Ich könnte jetzt hier eine Million Dollar verwetten, dass iCrymex schon vergeben ist. Was für eine Überraschung. Warum gibt es immer diese Leute, die Namen klauen in Games? So, lass mich raten. iCrymex OG auch schon vergeben. Paulberger. Natürlich auch schon nicht mehr frei. Paulberger OG. Ey, ach komm. Ey, Leute, komm schon. iCrymex 3x7. iCrymex 7x7. Okay, wir nennen uns jetzt The Real iCrymex. Also der echte iCrymex. Ey, komm schon. iCrymex OGG mit DoppelGG. Alter, ey, es ist ja wirklich alles hier schon vergeben. Ich krieg hier, ich, mein Name iCrymex ist komplett tot hier. Man, man kann hier, ich kann hier nichts machen. Es ist komplett alles vergeben. So, wir haben uns jetzt iCrymex Fake genannt. Das gab's sogar noch. Okay, nice.